Spring mal da rauf So zur Sicherheit hat Portal gemacht Hä, Leute, wir sollen hier alle Du weh, Leute, wir hätten die Würfel mitnehmen sollen, da Wieso? Weil der auf den Knopf kommt Auf welchen Knopf? Oh Ne, Moment Ja, ich hol den Würfel, keine Angst Ja, aber das ist ja, der ist ja an der Wand, der Knopf da Ja, auf das Ding raufschmeißen Und durchgehen Geh weg jetzt Ist das dein Ernst? Das ist nicht witzig Mann Du bist so Das ist so original, so im Moment, weißt du, du drehst dich so zu Türen In this moment, he knew, he fucked up Du bist so ein Spaß, ey Geh weg jetzt Fick dich Ja, okay, komm, ich guck dir mal zu, wie dämlich du bist Geh weg Ich seh nichts Aufsache, die Tür geht gar nicht erst mal Oh Mann, du bist so ein Arsch, ey Diese hab ich nicht zuerst durchgelassen Alter So ein Arsch Ist wohl eine Auszeit für den offiziellen Teststecken angebracht Das war voll gemein, Alter, echt Das ging gar nicht Das war, das war auch die Nase im Moment so End of this moment, he knew Fucked up Ja Ja, weil noch weiter, Alter, oh Sie sind völlig langweilig und wertlos Dies ist ein Experiment, um herauszufinden Wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet Ähm, ja, Moment Geh mal hier lang Hä? Geh mal hier lang Da kamen Würfel runter gerade Hier kommen die Würfel raus Wo bist du? Du Ganz unten, ne? Ist das? Oh, warte mal Warte mal, warte, 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 warte Ja, guck mal Ganz, ja, kann man Okay, Moment Ähm Hi Nein Warte Ich bin auf deinen Kopf geschmeckt Okay, was hab ich jetzt Ah Geht jetzt hoch Toll Wow Ach, genau, warte, dann musst Ah, dann musst du in dem Moment Warte mal Nochmal Zack Zack Ja, warte, warte, warte Ne, ich hätte auch die Achso Nein Du bist jetzt Ja Ja Okay Wo bin ich Ah Hey Okay, warte, ich springe gegen den Knopf und du springst gegen das Ding, oder wie? Das Ding einfangen Ich meine, mach mal erst Mach dir mal einmal an und ich will mal das Zeitraffer sehen Ich würde sagen, wenn er da so ist Hier Wenn er gerade rauskommt, dann musst du reinspringen Ja, ja, okay Okay, wollen wir? Okay Au Du hast es nicht ausgelöst Doch, klar, der Flach ist doch oben Okay, hast du ihn, nice Da ist ein Portal Alle haben eine Fläche So, warte, wir brauchen das Und das Nee Hast du es jetzt aktiviert? Warte 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 Das ist so Junge Ähm Okay Bin jetzt Du kannst es doch gegen irgendeine Wand projizieren, ne? Ja Mach das mal gegen irgendeine Wand, die ich Anschießen kann Kannst du das gar nicht mal da schreiben Stimmt Ich hätte jetzt ein Portal hier setzen müssen, irgendwo Ja, ja, hier ist ein Laser-Knopf, also hier ist ein Laser-Ding, ist das wegen Das war jetzt so, das sehen wir Warte mal Ne, hier ist es da Wo denn? Auf der, auf der Fläche hier halt Ja, ich sehe es Aber ich kann, äh, ja, hier kommen meine Portale nicht mehr an Also hier ist ein, äh, Feld, was meine Portale wegmacht, weißt du Blaue Muss schon Deswegen, aber warte Ja, geh doch mal da weiter Ja, ja, hier, da, warte mal, hier ist eine Tür halt Zwei Schaltern, das ist die Endtür Ja, 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 genau Mach mal, warte mal, wo, wo bist du denn? Kannst du ihn auch einfach stehen lassen, den Würfel? Ne, dann geht das halt wieder an der Sturm-Würbelding Ah, okay Kann ja auch nirgends ein Portal hinzwe- Oh, leu, warte Was denn? Weil ich kann jetzt hier so machen Und jetzt irgendwo mein Portal halt hinmachen, wo es hinleuchten soll Und ich denke mal, das soll da hin Warte da nicht Vielleicht so? Ja, ja, warte Ne, das geht hier nicht durch Ach doch, das würde hier durchgehen Mach nochmal, mach weiter Ein bisschen weiter zur Seite Beziehungsweise den Würfel ein bisschen gerader machen Genau, ja Sehr gut, warte Habe ich hier mein Portal? Lass es doch, lass es doch Jetzt ist es zu weit unten Oh, Moment Ja, so ist gut Sehr schön Der Reaktor ist jetzt komplett ausgegangen Der Laser ist auch aus Achso, und die Dings aber auch, ne? Ja Okay So, jetzt komme ich zu dir rüber Jo Bester Fail, Ego West Ich habe es nicht gesehen Ich habe gerade nicht Tab gedrückt Ich bin erst mal eisgeilig rausgesprungen aus der Map Du musst ja nicht das runterfallen lassen Ich mache es da im Portal und dann hier runter Ich bin erst mal außerhalb der Map gesprungen Nice Wow Hast du schon wieder rausgefallen? Schmeckt das bei dir wirklich so ein bisschen oder kommt mir das zu so vor? Ja, eigentlich nicht Ja 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 Die blaue Farbe kann man nicht mehr dazu entscheiden Hier Nö Hey, Loll Komm Hi Loll Was ist das denn? Verrattet Oh, Loll Alles klar, okay, jetzt komm Schalter drücken Du bist behindert, Maxi Vor allem, das ist Wenn man mal überlegt Das liegt auch, ne Ist das auch mega verwirrend Jetzt, wo Was, also Ja Das ist mega verwirrend halt einfach Weil du so vorbeidem bist Echt so Das ist so richtig hart Also hier könnt ihr nach da gehen Und da genau in die andere Richtung Aber eigentlich ist es ja der gleiche Raum Das ist voll verwirrend Wenn du hier so stehst Und dann beide knoppen sich Egal Ja, klar Wow Drück jetzt Da war leuchten Oder was Ne, da war unten leuchten Wurde Also wurscht Zwei Zwei Eins Klingen Hey, warte, kommen wir hier durch? Warte Als ob ich Das geht nicht Okay Hä Ich habe versucht, über das Geländer zu springen Warum? Warum nicht Ich brauche eine Disc Da ist eine Disc Ja, Moment Ja, Moment Moment Ne, geht es auch nirgendswo weiter, ne? Ja, warte, ja Wir haben das Das war das achte Rätsel Jetzt haben wir es geschafft Wir haben es beendet Kino, Kino Ersterei Wir wollen das nicht mehr, buddy Oh Mann Schon wieder wurden wir getötet Ja, Frechheit von Klaus Echt so Geil Wir haben schon Part 2 abgeschlossen Gut, das heißt, ich habe den nächsten kompletten Let's Play Projekt vorgeopgenommen Nice Ja gut, so lange Wir sind jetzt eine Stunde dran Für zwei Dinge Und das sind fünf Stück, glaube ich, oder? Naja Wo ist jetzt die Frage? Da oben Da oben Kann mich nicht bewegen? Drück mal Tab Ja, gut Oh, lol Sehen Sie nun den Schwebeln Das geht Oh, lol Okay Das hat einen Abgang gemacht Hi 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 Warte, warte, warte Na, warte, wie viele gibt es denn überhaupt? Ach, okay Ach Wieso kann ich diese Emote-Dinger nicht auswählen? Oh, lol, man kann zoomen Robot-Bands Aha Oh, yeah Oh, yeah Ich verstehe, warum ich die Emotis nicht auswählen Hallo Ich habe Achievement bekommen Soll ich mal, jetzt ist die Emotis nicht auswählen Yeeey Let's go Ja, Hanke Endlich Ja, aber mich wundert das halt Ja, wird irgendein Bug sein Warum das nicht geht Die Emotis, das wundert mich halt ein bisschen hart, aber noch ja gut Ja, es wird irgendein Bug sein, wie gesagt Das ist ja voll lame Richtig laaah Aaaaaah Was denn? Oh, ich habe gerade meine Handgelenke ein bisschen geknackt und das eine ist zu richtig hartgelegt Jetzt tun die richtig hart und wix und weg, ne? Alter, was ist mit meiner Maus-Umpfindlichkeit los? Moment, geht ja gar nicht So Oh, ich erzähle jetzt mal Ja, viel besser Ja, viel besser Portal braucht man einfach kein schnelles Lauf Da la 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 la, da, da bitte-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Hey Das is fast die Früh- Brux So, wo jetzelang? So Ja ja kann ich bei dir kann man ja auch mal ich habe mich der vollen ja übel er weiß nicht mehr was bei mir auch muss war das nur noch zu spüren der kreuzer war br Fast Ah, warte, okay Überhaupt nicht knapp oder so, ne? Hast du's denn mal? Ähm So, jetzt musst du Ähm Da hin Da hin musst du Oh Oh So Jetzt mach mal genau da ein Portal Ja, wenn du mal aus dem Weg gehen würdest Yeah Hauptsache ich kann nicht einfach mal hoch und runter tippen, Alter Ja, hab ich's eben auch schon bei dir gemacht So ist denn der Dings Ball Aua 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 Ja, Moment Moment Aua 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 Nein Oh Ist'n Depp, weißt du das? Ja, weiß ich Ähm Warte, lass, 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 lass So Hast du den? Oh, ich könnte das so machen Zack Hab ich's? Nein, ich hab's nicht, okay nochmal Oh Hä? Woher kommt der Ball? Woher kommt der Ball? Woher kommt der Ball? Woher kommt der Ball? Warte Warte Gib mir mal den Ball Warte Ja, genau Spring hoch, spring hoch, spring hoch Ah nein, nein, du musst gegen springen jetzt Einmal kurz Genau Nein Okay, nochmal Wir schaffen das, hier Wir müssen nachher nochmal Battleblock Theater spielen Können wir machen So, jetzt geh durch Digga, ohne Scheiß Drück mal beim Etab Der Ball sieht aus dem Gesicht Ne Doch Irgendwie nicht Hä? Der hat doch Der hat doch einen lachenden Mund Ist ne Depp, ne? Und ne Schraube und dieses Aperture Symbol Als Auge Find ich nicht Hä? Kannst du mir denn hochreichen? Na, ich komm nicht an Gut, dann komm, spring nochmal gegen Maxi Was? Ne, egal Dann ging Ich hab mich jetzt versteckt Seh dich Hä, Leute Ja, du hast Tapp halt Erstens Tapp und zweitens hab ich dich ein bisschen gesehen So das Bällchen hab ich gesehen Ja, guck 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 Du hast das Gesicht Ja Ja So Tapp Ja gucke Hä, wo siehst du'n da Hä? Hier gibt's Da sind doch zwei Augen Das epicche Item auf der linken Seite Unten Schraube oder Mutterwasser sein und auf der rechten Und dann ist da so'n Strich unter Ich erkenne da gar nichts, Alter Du verar... Alter, du... Digga, ne, na, gib mir den Ball Gib mir den... Ich seh dir jetzt ein Bild, Alter Es kann nicht sein, dass das unterschiedlich ist Ich erkenne da gar nichts, Alter Kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass du da kein Gesicht siehst? Nein! Ey, das... Ey, komm, das glaub ich dir jetzt nicht Ich mach Bild, ey Ja, mach das, ich sieh aber wirklich gar kein Gesicht Es ist einfach wirklich unterschiedlich Das glaub ich nicht Ja doch, jetzt, jetzt, ja, 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 ja Ja, das bin ich doch die ganze Zeit Ja, aber so war der eben nicht, als du dir in der Hand hielst Natürlich Nein, bei mir nicht Ey, das war der Kramasch, ey Mal gucken dir das später in der Aufnahme an, oder so Du saß wirklich... Hast du mir jetzt echt ein Bild gesehen? Ja Das ist schon mal, ey, das muss doch so aussehen Ja, jetzt sieht's, ja, ja, da schon Ja, das sah die ganze Zeit so bei mir aus Bei mir war es nicht so, eben Oh Gott Ich bring mal wieder mein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott So, nächstes Level Yo Buffalo Da 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 kommst du hierher Achso, ja, gut, klar Als da über meinen Orangenhäuschen Dann da, wir gehen wieder zurück Moment, welche soll ich jetzt gesetzt haben? Ich muss rot entsetzen Ja So und So Ja, wow Ja man Ja man, sehr sehr gut gemacht haben wir das Hallo Hier ist meine Kamera Weg Yeah Das wäre jetzt schon das dritte, ne? Ja Hier, geh mal, du musst durchgehen Warte mal Geh mal, du musst hier durchgehen durch meins Warte, warte, warte Du musst da durchgehen Ja, gleich Ja, ich hab das Partei gesetzt Zack Alter Ja Der Versagen erinnert mich an wundervolle Dinge Ja, ganz schön Ja, ganz schön Bis zum nächsten Mal.